Das verrückte Rennen! Gerade ist der Airbus 3000 genannt. Mit an Bord sind die drei Rennfahrer, die am Morgen nehmen teilnehmen werden. Gepäckwagen! 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 Ich steu jetzt ein Rennen-Auto, ich steu jetzt ein Rennen-Auto. Ich steu jetzt ein Rennen-Auto, ich steu jetzt ein Rennen-Auto. Ich steu jetzt ein Rennen-Auto, ich steu jetzt ein Rennen-Auto. Oh, was ist denn das hier bei dir? Das darf ja wohl nicht wahr sein, ein kleiner Unfall. Da hat ein Rennen-Auto gegeben. Ich steu jetzt ein Rennen-Auto, ich steu jetzt ein Rennen-Auto. Ich steu jetzt ein Rennen-Auto, ich steu jetzt ein Rennen-Auto, ich steu jetzt ein Rennen-Auto. Ich steu jetzt ein Rennen-Auto, ich steu jetzt ein Rennen-Auto. Ich steu jetzt ein Rennen-Auto, ich steu jetzt ein Rennen-Auto, ich steu jetzt ein Rennen-Auto. Ich steu jetzt ein Rennen-Auto, ich steu jetzt ein Rennen-Auto.